Herzlich willkommen im Fulda Freizeitzentrum Knickhagen. Der Campingplatz Fuldatal Knickhagen liegt abseits von Hektik und Trubel zwischen der nordhessischen Metropole Kassel und der historischen Fachwerkstatt Hannmünden. Unsere familienfreundliche Anlage ist ganzjährig geöffnet und verfügt über 120 Stellplätze für Dauer- und Durchgangscamper. Bei uns wird Natur und Ruhe groß geschrieben. Der Platz ist vollkommen umgeben von Wald und liegt fernab stark befahrener Straßen. Um Ihnen Ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen, sind alle Stellplätze mit Wasser, Abwasser und einem Stromanschluss ausgestattet. Dabei ist das Warmwasser bereits in den Platzgebühren enthalten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ein großer Spielplatz direkt am Campingplatz lässt jedes Kinderherz höher schlagen. Und natürlich sind Haustiere bei uns erlaubt. Liebliche Bachläufe und ein kleiner idyllischer Natursee laden auch Sie ein, die Seele baumeln zu lassen. Ganz neu auf unserem Gelände ist das kleine aber feine Blockhaus. Komplett und fertig eingerichtet, steht es für Ihren Urlaub bereit. Das Herzstück der Anlage ist das gemütliche Gasthaus mit bis zu 80 Sitzplätzen und dem großen Biergarten davor. Auch für Familienfeiern und Betriebsfeste steht Ihnen dieses Lokal jederzeit zur Verfügung. Besuchen auch Sie den Campingplatz und die Gaststätte im Fulda Freizeitzentrum Knickhagen. Musik 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 Musik